Hallo zusammen, wir sind in Bad Dürkheim in der Pfalz beim Weingut Thomas Hensel, seiner weißen Aufwind-Cuvée. Warum Aufwind? Thomas Hensel hat verschiedene Qualitätsstufen, Aufwind, Höhenflug und darüber gibt es noch einen Wein, der nennt sich Icarus. In dem Fall ist das seine Basis-Cuvée, eine Rebsorten-Cuvée aus zwei verschiedenen Rebsorten, Muscatella und Sauvignon Blanc. Man merkt schon an den Rebsorten, wenn man diese Rebsorten hört, dass es was Frisches ist. Der Muscatella, eine sehr feine, blumige Art, ein bisschen Rosenduft. Normalerweise beim Sauvignon Blanc haben wir natürlich die etwas grasigen, frischen, knackig-grünen Aromen. Ein Wein, der besticht durch seine Vielfältigkeit im Glas, was die Aromen anbetrifft. Wirklich ein Korb gelber Früchte, ein bisschen Pfirsich, ein bisschen Maracuja, ein bisschen Aprikose, leichte Citrus-Töne, etwas Grapefruit, ein Wein, der sich super einsetzen lässt, zum Beispiel zu Geflünkelkirchen. Asiatische Küche könnte ich mir gut dazu vorstellen. Einfach mal probieren, ein toller Sommerwein oder auch in der Übergangszeit schön zu trinken. Viel Spaß!